Ja, haben oder nicht haben, ne? So, 10. 10 mal kann ich jetzt fallen oder irgendwas machen. Boah, das ist so, so teuer, diese... diese Teile. Und wenn ich jetzt mich wegbewege, dann habe ich schon wieder das Problem, dass ich, ähm... Dass ich, dass der Chunk da hinten nicht geladen wird. Ich brauche eigentlich einen Chunkloader. Und dafür brauche ich Bücher. Und für Bücher brauche ich Leder. Und Leder habe ich nicht, da ich keine Kühe habe. Also, ich habe so ein paar Probleme. Moment. Aber ich möchte eigentlich die Sachen haben, ohne mir so jetzt eine riesige Kuhfarm oder sowas aufzubauen. Das wäre nämlich etwas, finde ich, zu zeitintensiv, um alles zu machen. Und... Ich habe einfach keinen Bock drauf, auch das... Vielleicht mache ich das irgendwann mal... Oder... Ja, ich mache das mit Too Many Items. Ich hole mir dann einfach ein paar Kühe. Hole ich mir zwei Kühe. Zwei Hühner. Und das war es dann auch, denn... Ich glaube nicht, dass ihr sehen möchtet, wo ich dann rumgehe und... nach Kühen suchen muss. So... Schön weiter runterlaufen. Ähm... Ja, ich brauche jetzt... Wie viel brauchte man nochmal für ein Portal? Man brauchte drei an der Seite. Zwei oben, zwei unten. Das waren insgesamt sechs, äh, zehn. Zehn Obsidian brauchte man. Das ist schon mal nicht wenig. Und man brauchte... Für den... Na, kann ich ja nachgucken. Äh... Für den... Enchartment Table braucht man vier. Gut. Und für den... Schank... Äh... Schank Loader brauchte man... Gold und eine Ender Perle. Und eine Ender Perle machte man aus... Okay. Ich fürchte, man findet die einfach nur... Schade. Ja, ich glaube, ich muss Ender Typen besiegen. Dafür. Egal, dann brauche ich also insgesamt... 14... Komm schon. 14... Stück Obsidian. Gut. Wie mache ich das jetzt? Äh... Ja, es ist jetzt eine gute Frage. Oh, scheiße. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ähm... Ähm... So. Ja, mit der Fackel. Oder weg mit der Fackel. Die Fackel kommt dann hier hin. Und hier wird dann mal kurz... ein bisschen... ein bisschen... Zeug gemacht. Super. So. Haben wir dann hier vorne noch was? Oh, ja. Ja. Dann wird... mit... Äh... Oh. Das ist doch schon mal schön. So. Was haben wir hier noch? Oh, hier ist auch noch was. Okay. Dann haben wir das schon mal weg. Und... Ähm... Das haben wir auch schon. Schön. Dann... Dann... ... ... hätten wir hier schon mal ein bisschen... Die Frage ist... Wie gut ist das bisschen? Ich würde sagen... Ich würde sagen... Oh, hier drunter ist noch was. Gut. Was ist hier? Und... Was ist hier? Hm. So, okay. Ich glaube, die kann ich... Nein, kann ich nicht. Gut. Dann müsste ich die jetzt ganz beruhigt abbauen können. Das ist wie mein... Mein Sweeper. So. Ah ja, ich habe... Ähm... Inzwischen was ganz tolles gefunden. Nämlich einen Emulator namens PSX. Und da ich früher... Oder immer noch eine Playstation 2 habe... Aber zu faul bin... Die in meinem Monitor anzuschließen. Und mein Monitor nicht diese Anschlüsse hat. Habe ich mir jetzt diesen Emulator besorgt. Und... Ich spiele damit jetzt meine alten Playstation 2 Spiele. Ist also die, ähm... Ja, wie soll ich sagen? Die Grafik... Ja, es ist Playstation 2 Grafik. Allerdings kann man die Auflösung erhöhen. Und das Ganze dann upscaled spielen. Was einigermaßen schön aussieht. Noch. Also für die Verhältnisse einigermaßen schön aussieht. Die Taxturen sind natürlich verwaschen. Aber egal. Ähm... Und... Ich finde es eigentlich geil. Was die sich da gemacht... Äh... Was die da gebaut haben. Sozusagen... Ein Emulator für Playstation 2 Spiele. Und ich habe mir jetzt auch schon meine eigenen Playstation 2 Spiele eingelesen. Und... Ich bin die jetzt gerade... Äh... Am Spielen. Ach ja, stimmt. Kann sich ja ganz einfach löschen. Äh... Sollte man vielleicht da hin und wieder dran denken. Dass man sich auch löschen kann mit einem Eimer Wasser. Ähm... Ja... Und deshalb... Nehme ich in der letzten Zeit auch überhaupt nicht viel auf. Muss ich leider sagen. Und ich sollte eigentlich aufnehmen. Denn der Aufnahmestapel, den ich habe, der wird äh... Kleiner und kleiner. Ist so ein kleines Problem inzwischen. Ich muss dann leider sagen. Und werde ich wahrscheinlich... Irgendwann mal... Nur jeden zweiten Tag oder irgendwie sowas... Was veröffentlichen können. Weil ich einfach... Keine Zeit dafür habe und... Inzwischen auch noch... Stark für die Schule lernen muss. Und... Und... Eine andere Verpflichtung habe. Also... Da wird es da nicht so viel geben. Ist aber nicht schlimm. Denn im Moment sind Osterferien. Und da werde ich hoffentlich... Habe ich mir auch vorgenommen. Dieses Projekt zu Ende... Aufnehmen. Denn das geht im Moment... Also das, was wir jetzt hier aufnehmen, ist glaube ich schon die 17. Stunde. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich... Ein paar Folgen noch nicht gerendert habe. Da müsste ich mich jetzt gleich dran... Dann müsste ich mich jetzt gleich dran... Setzen. Und... Vieles... Habe ich noch nicht... Naja... Auf jeden Fall muss ich die noch rendern. Und das werde ich hoffentlich auch heute noch... Oder ich wollte es heute noch machen. Die Frage ist, ob ich es... Noch... Will... Oder noch schaffe. Aber... Da bin ich zuversichtlich heute. Es sei denn, ich habe überhaupt keine Lust. Was häufiger mal passiert. Ja, mal gucken. Sonst... Ist gerade nicht viel los. Also... Gestern war... Der letzte Schultag der 13er. War ziemlich witzig, wie die dann die... Autos mit Folie... Mit Frischhaltefolie... Mumifiziert haben. Aber sonst... Naja... Auf jeden Fall sollte ich jetzt mal gleich gucken, wie viel... Ich schon habe. Denn ich habe schon 17. Das ist schon mehr als genug. Und da ist auch noch jede Menge. Ah... Egal. So, dann habe ich jetzt immerhin... Ein bisschen auf Vorrat. Und dann gehe ich mir gleich ein bisschen Glowstone besorgen. Für das Jetpack, was ich dann dringend mal bräuchte. Und dann werde ich mir hoffentlich auch... Ähm... Verdammt. Ich habe es jetzt gerade nicht dabei. Aber ich habe mir ein paar... Sachen aufgeschrieben, wie man... Noch diese Tinker Sachen hier verzaubern kann. Außer...